Intelligenztest, können Sie den Dieb diesem Bild entlarven? IQ-Tests sind ein toller Zeitvertreib und trainieren nebenbei auch noch die eigene Intelligenz. In kürzester Zeit kann festgestellt werden, wie gut die eigene Wahrnehmung ist. In diesem Suchbild versucht eine Person während eines Einkaufsbommels etwas zu stehlen, die etwas stehlen möchte. Können Sie den Dieb aufhalten? Die Auflösung können Sie im Video sehen. Verwendete Quelle, Frischers Live.com Dieses Video erschien bereits auf Brigitte D.